Auch in unserem nächsten Vortrag soll es jetzt um das Thema Zusammenarbeit gehen. Davor weise ich auch noch mal gern drauf hin, wir haben hier vorne noch ein paar Plätze frei. Das heißt, für alle, die da hinten noch stehen und gerne sitzen möchten, seid nicht schüchtern, kommt gern nach vorne. Es ist noch genug Platz da. Zwischen dem Start-up Finway kommt jetzt die Kooperation, das mit ihrer Lösung die Needs von KMU unterstützt, mehr will ich gar nicht vorwegnehmen, und dem Impact Hub Berlin, welcher Unternehmen mit Coworking Spaces und einem globalen Netzwerk diverse Unterstützungsmöglichkeiten bietet. Mehr davon erfahrt ihr jetzt von den nächsten zwei Panelisten, beziehungsweise Vortragenden. Ich freue mich, die beiden Referenten auf die Bühne zu holen, die Co-Gründerin und Co-CEO von Finway, Jennifer Dusilek, und die Finance-Managerin im Impact Hub Berlin, Anna Rösch. Herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Es gibt hier auch irgendwas zum Bedienen. Das nehme ich mir einmal. Das reicht. Danke. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier sein dürfen und euch ein bisschen mehr über das Thema der digitalen Finanzprozesse berichten dürfen und aber auch vor allem, wie diese auch zum nachhaltigen Wachstum beitragen können. Wie gesagt, mein Name ist Jennifer Dusilek. Ich bin Mitgründerin von Finway und ich darf auch herzlich Anna Rösch hier mit mir auf der Bühne begrüßen, die Finanzmanagerin vom Impact Hub. Herzlich willkommen, Anna. Danke, dass du dabei bist. Ich bin da zu sein. Genau. Bevor wir in das Thema starten, wollen wir natürlich auch ganz kurz einen Einblick in das geben, was eigentlich Finway und Impact Hub machen. Und dazu einmal vorweg zu Finway. Wir bezeichnen uns als Finanzbetriebssystem für KMUs. Das heißt, wir helfen eigentlich die ganzen Kreditorenprozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Das fängt an bei Themen der Rechnungsverarbeitung, also das heißt vor allem Rechnungsfreigabe, Vorkontierung. Wir gehen dann aber auch in die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, binden das Bankkonto an, geben auch unsere eigenen Mastercard-Firmenkarten aus, sodass Mitarbeitende da auch ein Zahlungsmittel haben. Wir wickeln auch so Themen wie Reisekostenabrechnung, Auslagenerstattung ab und darüber legen wir eine Budgetplanungsfunktion, sodass man dann auch da den Einblick bekommt, wie man eigentlich mit seinen Budgets steht, wie viel man schon ausgegeben hat und wie viel bereits verplant ist. Wir bedienen damit mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel Miles, Recap oder Alasko. Wir helfen natürlich vorrangig der Finanzabteilung, da wirklich Zeit und auch Geld zu sparen durch die Eliminierung dieser manuellen Prozesse. Wir versuchen aber eben auch die gesamte Organisation mit einzubeziehen. Das heißt auch Abteilungsleitungen sollen dadurch eine Budgetkontrolle erlangen oder auch Mitarbeitende, wenn sie zum Beispiel hierher reisen und dann die Reisekostenabrechnung danach machen müssen oder auch generell Rechnungen einreichen. Das sind so Themen, die dann über Finway abgewickelt werden können. Uns gibt es jetzt seit vier Jahren. Wir sind seit zwei Jahren auf dem Markt, bedienen mittlerweile mehrere hunderte von Kunden. Und ja, da kommen wir auch schon zu einem unserer Kunden und das ist der Impact Hub. Und da darf ich auch mal direkt einmal kurz noch das Wort an Anna übergeben, sodass sie auch mal ganz kurz den Impact Hub etwas vorstellen kann. Klar, gerne das Impact Hub. Ich halte es relativ kurz. Das Impact Hub ist eine weltweite Community, ein Netzwerk für Purpose-Driven Entrepreneurs und Unternehmen. Es bietet Heimat, quasi Coworking Spaces, aber vor allem auch Netzwerk und Unterstützung, Consulting, um quasi den Impact im Sinne der Sustainable Development Goals, die von der UN verabschiedet worden sind, 2016 bis 2030 quasi voranzutreiben. Wir haben viele Events, wir haben über 100 Standorte. Ich muss mal auf die Chart schauen und in Berlin alleine über 500 Mitglieder. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dass wir da so etwas auch unterstützen können in dem Sinne. Und lass uns mal ganz kurz auf diese Ist-Situation eingehen. Vor etwa einem Jahr, was waren da so eure Bedürfnisse? Und warum sagst du auch, habt ihr eine Software wie Finway einführen müssen? Was waren letztendlich Probleme oder welche Prozesse haben wirklich analog viel Zeit gekostet oder auch Schwierigkeiten bereitet? Also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Das war jetzt nicht unbedingt vor einem Jahr. Tatsächlich ist der Werdegang eines Startups, wie auch das Impact Hub, das irgendwann mal war, ein recht langer und teilweise recht schmerzvoller Prozess bis hin zu einer Professionalisierung. Also ich glaube, in jedem Startup, und vielleicht sind hier einige, die fühlen das auch, man fängt an damit, dass das Kerngeschäft einfach absoluter Fokus ist erst mal. Und die finanzielle Administration wird da eher stiefmütterlich. Das muss irgendwie nebenbei laufen und irgendwie funktionieren. Haben ja auch am Anfang die wenigsten Ahnungen davon in diesen vier Leuten klitschen quasi. Und das geht kurz- oder langfristig irgendwie halb gut quasi. Also Hauptsache das Geschäft läuft. Der Steuerberater im Hintergrund wird schon irgendwie richten quasi. Und spätestens aber dann, wenn es um die Frage der Skalierung geht oder externe Investitionen mit reinfließen, dann müssen langsam die Prozesse und die Bücher einfach stimmen. Und da fängt dann der Wachstumsschmerz mit an. Das ist einer der ganz großen Wachstumsschmerzen. Wie kommen wir vom Chaos? Das Unternehmen explodiert quasi aus allen Nähten. Und wie kommen wir jetzt in geordnete Prozesse rein? Und um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, und ich habe gar kein Blatt vor dem Mund im Impact habe, war das natürlich auch so. Ein paar Leute, da gibt es diese eine Kreditkarte auf den Namen der Geschäftsführung quasi. Und die kursiert dann so fröhlich irgendwie rum im ganzen Unternehmen. Es werden Rechnungen eingereicht Monate später, da gibt es viele Mahnungen dann auch noch. Man weiß gar nicht, okay, wozu gehört das jetzt eigentlich? Wer ist verantwortlich dafür? Auslagenerstattungen, das ist eine komplette Zettelwirtschaft. Und so ein Team ist ja auch eher, sie meinen es gut, aber haben sich bemüht gewissermaßen. Aber das stimmt natürlich selten eigentlich, was die einreichen. Und dann holt man sich also irgendwann mal jemanden rein, um es zu ordnen. Und es ist dann auch meistens eher ein Job der Verzweiflung, kann man sagen. Also ich kenne Unternehmen, auch im Bereich der KMU, die ja bis heute noch die Unterlagen zum Steuerberater im Ordner einreichen. Händelordner. Wenn das in einer SIP-File per E-Mail passiert, ist das schon Digitalisierung für einige. Und auf dieser Basis kann man aber auch keinen Controller wirklich gut arbeiten, die dann irgendwann einfach reingeholt werden müssen, um die KPIs einfach auch festzulegen, um Budgets wirklich zu verteilen. Und wenn du so eine Zettelwirtschaft hast und die Geschäftsvorfälle in einem Unternehmen, es sind ja sehr vielfältige Kreditkarten, Online-Einkäufe, Auslagenerstattungen und das klassische Rechnungssystem. Und das quasi alles zusammenzuziehen, das ist einfach eine Riesenherausforderung. Und da kann man so viel Spending Policy einführen, wie man möchte, was so der nächste logische Schritt ist. Ja, man macht seine Excels auf, der Controller, und versucht das irgendwie zusammenzuziehen jeden Monat und führt dann quasi diese Spending Policies ein. Aber solange es keine Softwareunterstützung gibt oder ein unterstützendes System, das quasi auch enforced, diese Compliance, dass sie nicht nur auf freiwilliger Basis passiert, sondern auf einer Must-Do-Basis, ist das gut gemeint und schlecht gemacht meistens. Ich glaube, du sprichst mit diesem Thema Spend Policies einen ganz guten Punkt an. Also es ist ja schon mal richtig gut, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eben Geld ausgibt und was man für Regeln dafür festlegt. Auch wir bekommen mit, das wird nicht immer gleich von Anfang an gemacht. Aber dann ist natürlich die Frage, wie kann man das auch wirklich umsetzen? Und wie schafft man das dann auch wirklich, wie du sagst, das zu enforcen und seine ganzen Mitarbeitenden dazu zu zwingen, dass sie sich halt auch daran halten? Und gerade wenn man jetzt nicht mal irgendwie nur vielleicht 10, 20, 30 Ausgaben im Monat hat, sondern halt in die hunderte von Ausgaben geht, dann würde man ja den Überblick überhaupt nicht mehr behalten können. So sieht es de facto eigentlich auch aus. Und das schafft natürlich Probleme auf vielen Seiten und vor allem auch Unzufriedenheit. Also die Geschäftsführung hat nicht das Gefühl, den Laden wirklich im Griff zu haben. Das Team, die wollen ja auch autark arbeiten können irgendwie. Die wollen ja selber Verantwortung übernehmen können. Und wenn sie keinen wirklichen Einblick in die Finanzläufe haben, in ihre Budgets haben, weil einfach die Zahlen viel zu verzögert geliefert und auch dadurch aufgewertet werden können, dann hat man nicht das Gefühl, als könnte man darauf aufbauen und wirklich auch Strategien entwickeln für das Geschäft letztendlich. Dann lasst uns vielleicht mal ins Heute schauen. Für euch ist ja auch gerade das Thema Nachrichtigkeit sehr wichtig. Und ihr sagt ja auch, jetzt haben sich ja einige Verbesserungen ergeben. Aber was würdest du auch sagen, sind wirklich auch nachhaltige Vorteile, die ihr jetzt habt, dadurch, dass ihr diese ganzen buchhalterischen Prozesse digitalisieren konntet? Ja, also Digitalisierung im Business-Finance-Bereich, da war es vor ein paar Jahren noch das große A und O, dass man Belege einscannen konnte, digitalisieren konnte. Und dann hat das System sogar Informationen aus den Belegen ausgelesen. Und da waren die Finanzler, die Buchhalterinnen, die waren so, wow, irgendwie. Aber this is not the holy grail. Das ist nicht, was am Ende, das ist quasi das, was dem vorausgeht. Aber das ist noch lange nicht das Ende. Es gibt einen unglaublichen Bedarf im Bereich des Business-Finance eigentlich. The single source of truth ist quasi das, was sich alle wünschen würden. Und eine Software, die das schafft, entlastet auf so vielen Ebenen gewissermaßen. Und zwar das ganze Team einfach. Also the single source of truth. Und diese Software muss da viel leisten, denn die Bedarfe sind ja sehr unterschiedlich. Also jemand im Sales- oder Projektmanager, die brauchen etwas, was sie schnell nebenbei abwickeln können, weil sie sich damit nicht befassen wollen. Das ist nicht dein Job quasi. Die sehen es auch nicht aus ihrem Job. Das Finanzamt auf der anderen Seite, ja, als GOBD-konform, einfach in diesem Regelwerk, in Deutschland sehr sensibel mit der Rechnungsstellung auch, dass da alles korrekt ist. Die ganzen Stakeholder-Investoren, die einfach ein regelmäßiges, zuversichtliches, ganzheitliches Reporting wollen und dazwischen der Controller, der einfach das Dashboard am liebsten hätte und meistens bis heute noch läuft mit den Excel-Dateien. Und als wir dann, und wir haben viele Finanzprogramme durch tatsächlich, ich will es jetzt hier gar nicht nennen, aber was für uns eben ausschlaggebend war, ist, dass wir einen Ort gebraucht haben und nicht viele Systeme. Denn in dem Bereich arbeiten viele noch mit diversen Systemen. Neben Dativ quasi hat man dann sein Rechnungsstellungsprogramm, also außer die Konzerne, die haben natürlich ihr ERP-Programm, aber ansonsten arbeitet man mit viel zu vielen eklektischen Programmen in der Hinsicht und uns war eine Lösung wichtig. Was ist dir bei dem Thema, wenn du sagst Single Source of Truth am wichtigsten? Also natürlich hast du zum einen so die Kombination von verschiedenen Funktionalitäten, die in einem vereint werden können, oder geht es dir vor allem um die Datengrundlage? Genau, es fängt eigentlich schon damit an, dass quasi verschiedene Bedarfe dort abgebildet werden müssen, die verschiedenen Geschäftsvorfälle, die es gibt in einem Unternehmen, in einer Quelle zusammenkommen müssen. Ansonsten hast du keine Datenlage. Oder eine sehr gestückelte Ebene. Genau, sehr gestückelte Ebene. Dann fängt es wieder an mit den Excel-Listen. Und das ist ja etwas, was wir versuchen zu vermeiden. Genau, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man da wirklich es schafft, auch diese Daten in Echtzeit zu generieren, weil letztendlich fließt momentan alles oft im Buchhaltungssystem zusammen. Du hast Dativ gerade schon angesprochen, was im Mittelstand ja recht verbreitet ist. Aber das ist natürlich immer ein Stück weit vergangenheitsbasiert. Ich schaue auf Daten, die vier Wochen alt sind oder sogar noch älter. Absolut. Und ganz ehrlich, was bietet mir so eine BWA vom Steuerberater? Die wenigsten können es lesen. Du siehst nur, Patient lebt noch. Das ist alles. Und auf dieser Basis kannst du natürlich keine Firma weiterentwickeln. Keine KPIs entwickeln, richtig. Du brauchst dein analytisches Instrumentarium, um darauf zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wo haben wir Ausgaben, die in die falsche Richtung gehen? Und so weiter und so fort. Dann lass uns vielleicht noch kurz auf das Thema Miteinander eingehen. Das ist ja auch gerade für den Bitkom, glaube ich, sehr wichtig. Und auch für uns. Ich hatte es vorangesprochen, wir haben mehrere hunderte von Kunden. Aber dennoch versuchen wir, an diesen Kunden sehr nah dran zu sein. Wir versuchen da wirklich, ein Ansprechpartner zu sein, zu unterstützen, eine Stützende Hand an die Seite zu stellen, weil wir das als sehr wichtig erachten, weil uns dieses Feedback, was wir erhalten, sehr wichtig ist. Aber weil wir auch glauben, dass wir ein Stück weit auch den Auftrag haben, wissen, was wir vielleicht schon erlangt haben, weiterreichen zu können. Und ich denke, auch bei uns kann man von einer sehr guten Zusammenarbeit sprechen. Ihr gebt uns auch sehr viel aktives Feedback, was wir, wie gesagt, sehr wertschätzen. Wie würdest du auch sagen, wie wichtig ist das für dich zum einen, dass ein Finanzdienstleister wirklich auf die Kunden hört und da Feedback einholt und damit auch arbeitet? Und aber auch vielleicht noch als darauf folgende Frage, wie wichtig würdest du es auch einschätzen, gerade bei der Auswahl eures Tools? Du hast verschiedene Finanzprodukte auch ausprobiert. Wie wichtig war das auch in der Bewertung, den Kundensupport, den diese Tools liefern oder versprechen? Tatsächlich sehr wichtig. Also wie gesagt, nach sechs Jahren im Impact Hub und auch meiner Erfahrung von vorhergehenden Unternehmen, kann ich sagen, dass diese Wachstumsschmerzen schon eklatant sein können gewissermaßen. Und dann arbeitet man sich quasi von kleineren und günstigeren Lösungen, bis man am Schluss wahrscheinlich dann eben beim ERP-System landet. Aber man hat einfach, wir wussten vor einem Jahr ziemlich genau das, was wir wollen. Und waren da auch nicht mehr nach diesem Werdegang kompromissbereit gewissermaßen. Und es war meine Aufgabe, sicherzustellen, dass wir jetzt diese eine Lösung finden, die wirklich passt einfach. Und das kann ich natürlich nur dann garantieren, wenn ich jemanden habe, die mir und meinen Problemen zuhören. Und auch ein System bieten, das offen genug ist, auch mental offen genug ist, quasi mein Feedback anzunehmen gewissermaßen. Und das hat super funktioniert bisher. Also Raphael bei euch, der Arme, der hat, ich glaube, ihr habt so ein 100-Tage-Trial wahrscheinlich. Und ich kann, also ich gebe es zu, Wir haben den Impact-Hub speziell. Wir leben für uns, wir haben sechs Monate quasi getrialt bei euch. Alle paar Wochen Calls mit Raphael, mit einem Katalog an Rückfragen und Anmerkungen. Und dass der so die Kontenanz behalten hat, das wundert mich. Und das war schon, da sind tolle Sachen da rausgekommen. Also wir sind immer froh, wenn die Kunden schon mit großen Anforderungslisten kommen. Dann können wir genau gucken, was wir bedienen müssen. Aber wir sehen es auch oft, dass das noch nicht vorliegt. Also das ist, glaube ich, dann auch noch was, was ihr sehr gut gestaltet habt tatsächlich. Und wir dann halt sonst auch helfen, die Prozesse da mit aufzubauen, wenn sie noch nicht so ideal im Vorhinein existieren. Aber es ist natürlich auch wichtig, sich ein bisschen auch anpassungsbereit zu zeigen und auch bereit zu sein, ein Stück weit Sachen so anzugehen, wie auch die Software sie eigentlich gedacht hat. Weil das waren ja auch Ursprungsgedanken, die wir bei der Software reingebracht haben. Absolut. Also ich kann auch sagen, klar, wir wussten ganz genau, was wir wollen. Aber es gibt trotzdem eine Implementierungsphase einer Software. Und es sind bestimmt Prozesse, durch die auch schon viele Firmen gegangen sind. Diese Implementierungsphasen sind super sensibel, weil da menschelt es natürlich auch ganz stark. Also keiner hat Bock schon wieder auf eine neue Software. Und da die Leute abzuholen und denen einfach auch, weil auch jede Software ist nur so gut, wie sie tatsächlich benutzt wird. Und da dann die Leute abzuholen und das quasi Stück für Stück zu implementieren, diesen Gang, da habt ihr einen ganz konkreten Prozess, quasi einen Fahrplan mit Anleitungen, mit Workshops, die ihr gegeben habt. Und dafür war ich schon sehr, sehr, sehr dankbar. Weil ich als Finanzler habe natürlich überhaupt keine Social Skills. Und deswegen war das unglaublich hilfreich an dem Punkt. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Nein, das stimmt. Wir machen uns da vorab auch Gedanken und fragen auch die Kundinnen, was sie auch erwarten, ein Stück weit von der Implementierung, dass wir dann auch darauf eingehen können. Wir haben auch von euch, glaube ich, schon ganz, ganz viel Input bekommen, was auch für uns hilfreich war. Bei uns geht auch gerade ganz viel in die Richtung Individualisierbarkeit, sowohl in Rollen, in Rechten, als auch in so Themen wie Dashboards, Reportings, die wir auch besprochen hatten. Aber auch mehr Flexibilität, was wir bereits auch umgesetzt haben mit unseren Workflows, da die Freigaben einfach noch komplexer auch aufgebaut werden können. Vielen Dank dir, Anna, dass ich dich dabei haben konnte und dass wir hier sprechen konnten. Vielen Dank auch noch alle Zuhörenden. Wir haben mit Finway auch da hinten noch einen Stand. Wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, sind meine Kollegen und ich da auch vertreten. Dann könnt ihr gerne vorbeigucken. Anna ist auch mit einer Kollegin hier unterwegs, falls es da noch irgendwelche Fragen gibt. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, liebe Jennifer, liebe Anna, für euren spannenden Einblick in eure Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank.